So, Kegel, mein Freund, was gehen wir heute an? Na ja, jetzt einmal Stilfserjagd, dann fahre ich die Fraelle und dann werden wir schauen, ob es im Regen oder Trocken weitergeht. Der Peter hat sich das leider anders überlegt. Ja, der fühlt sich nicht so, der hat kein gutes Gefühl. Ich wünsche den anderen drei wahnsinnig gute Fahrt, super tolle Ausblicke und dass wir spätestens nächstes Jahr im Spätfrühjahr wieder gemeinsam fahren, weil die Leute sind einfach der Hammer. Genau so wollen wir es machen. Wir wünschen dir auch noch eine gute Heimreise über den Räischen Pass. Dankeschön, ich schicke euch ein SMS durch, wenn ich daheim bin. Wunderbar. Habt's viel Spaß. Den haben wir gehabt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich möchte nur ein Foto machen. Aber ist das geil? Ich möchte nur ein Foto machen. 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 Ich möchte nur ein Foto machen.